Hallo Christine. Hallo. Wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wärst du? Oh Gott. Apfel. Sport machen oder Sport gucken? Machen. Einhorn oder Alpake? Einhorn. Mit welcher Band würdest du sofort auftreten? Essie-Dissie. Kannst du mal performen? Juhu. Dein letztes Karnevalskostüm? Ähm, Hippie. Was unterscheidet die DFS von anderen Unternehmen? Ja, die sind cool. Welches Team-Event ist dir in Erinnerung geblieben? Heidelberg. Was war da? Ähm, wir haben gekocht und Party gemacht. Beschreibe uns deinen Beruf in einem Satz. Der beste Job der Welt. Wolltest du schon immer Führungskraft werden? Yes. Bist du eine gute Führungskraft? Ich glaube ja, aber das musst du meine Mitarbeiter fragen. Wann hast du das letzte Mal gelogen? Uff. Das kann ich nicht sagen. Was kannst du so gar nicht? Was kann ich gar nicht? Verlieren. Was sind deine drei Lieblings-Apps? Ähm, Instagram, Facebook, WhatsApp. Du erhältst einen Preis. Wem dankst du? Ähm, meine Mama. Dankeschön, Christine. Bitte. Guten Morgen! Bis zum nächsten Mal.